Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 251. Mal bei Hoax Siddler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Die Tag und Moin und Hallo sagt und froh ist, dass wie immer bei ihr der wunderbare Alexander Hoax Master ist. Gut, man kennt sich ja einfach gar nicht mehr aus. Ich muss gerade länger überlegen, wievielte Folge das jetzt eigentlich ist. Weil ja durch die ganzen Specials die Ferngespräche, zu denen wir von Tommy Krabbeiß nach wie vor eingeladen werden, ja auch alle hier im Podcast-Feed landen. Und ich glaube, die 250. Folge war ja auch ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht die 250. oder sondern die 265. oder sowas. Ich weiß nicht, ja, weil wir halt Specials und so. Nicht zählen. Ja. Genau. Wie auch immer. Also insofern. Die 251. reguläre. Nach Rechnung des Hoax Masters. Wie auch immer. Wie auch immer. Genau und vielen Dank nochmal für die vielen Glückwünsche, die uns rund um die 250. erreicht haben. Haben ja auch noch sehr viele dann kommentiert und uns was von der Wishlist geschickt und auch sonst haben uns Geschenke erreicht. Sei es Spenden oder sonstige Dinge, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und naja, jetzt kann man die 300. demnächst feiern, das 10-jährige Feinde. Also irgendwie kommen wir jetzt so langsam hier in diesem Podcast aus dem Feiern nicht mehr raus, was ja auch ganz schön ist. Und ich würde gerne auch einen Punkt ansprechen, den wir auch schon im letzten Special, was noch nicht im Podcast gelandet ist, sondern das kommt erst Sonntag. Ich sage ja, ich verkomme völlig ansprechen. Da haben wir das auch schon angesprochen. Guter Freund von uns setzt sich für Straßenhunde in Rumänien ein und hat uns angeschrieben und hatte einfach gefragt, ob wir alte Decken oder Kissen oder alte Wäsche hätten, die wir nicht mehr benötigen. Und weil er das alles sammelt, natürlich, wenn es ein Paket Hundefutter gibt, fände er das auch super. Aber im Grunde genommen sagt er, bevor man eben alte Bettwäsche, Decken oder sonstige Kissenbezüge in den Müll schmeißt, könnte man ihm das zuleiten, weil er fährt dann mehrmals im Jahr nach Rumänien runter und versorgt dann eben die deutschen Shelter. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen, dass da ganz viele tolle Leute sind, die Shelters, also Tierheime speziell für Straßenhunde gegründet haben. Und die brauchen halt für die Versorgung dieser teilweise auch älteren und kranken, schwachen Tiere eben alle möglichen Dinge. Unter anderem auch eben diese beschriebenen Decken und die Wäsche, wenn ihr sie denn entbehren könnt. Genau, und wenn ihr sagt, ich habe hier noch was rumliegen, wollte ich eh gerade wegbringen, dann kann ich das ja auch den Hunden geben, tatsächlich in dem Fall. Dann schreibt uns einfach kurz eine Mail an info.huxelab.com, wir leiten das dann weiter oder setzen euch in Kontakt und dann könnt ihr euch da abstimmen, wie man das dann vernünftig hinkriegt. Das ist irgendwie jetzt eine Kleinigkeit, aber weil es ein Freund von uns ist, haben wir gedacht, wir sprechen das mal an, da wir auch die Skeptik jetzt haben und Tieren zugetan sind. Auch mal eine schöne Sache, mal was Kleines Positives. So, und jetzt machen wir weiter mit einer Sendung, die eigentlich nicht, aber dann auch wieder doch ganz viel mit der aktuellen Situation der Pandemie zu tun hat irgendwie. Ja, doch, schon auch. Ja, aber das kommt natürlich alles erst später, denn du hast eine, diesmal kenne ich die Geschichte vorher und ich muss gerade echt lachen, Geschichte rausgesucht Alexa und dann erzählen sie uns doch mal allen. Die Story der Woche. Auf Online-Handelsplattformen, wo wirklich jeder das, was er nicht mehr braucht oder gerne sonst wie verkaufen möchte, einstellen kann, da werden ja auch teilweise wirklich merkwürdige Dinge angepriesen. Aber was da ein neuseeländischer Online-Händler, also ein Privatmensch, der da was verkaufen wollte, ins Netz gestellt hat, das ist dann doch ein bisschen sehr schräg. Also der wollte gerne einen Sitzrasenmäher verkaufen, sowas ist ja auch total praktisch, gerade wenn man große Wiesenflächen zu mähen hat und das hat er dann auch gemacht und hat das also diesen Sitzrasenmäher mit gebraucht, aber gut erhalten, ins Netz gestellt auf dieser Plattform. Und bei näherem Hinsehen durch die potenziellen Käufer entpuppte sich dieser Sitzrasenmäher dann als ein Schaf, auf das er einen Stuhl geschnallt hatte. Das Schaf war wahrscheinlich nicht so ganz begeistert davon, als Sitzrasenmäher verkauft zu werden und ob es sich tatsächlich zum Sitzen eignet, trotz Stuhl, bleibt auch mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist der tatsächlich auf diese Idee gekommen, dieser Mensch aus Neuseeland, wenn ich euch denn keinen Quatsch erzählt habe und hat versucht sein Schaf als Sitzrasenmäher zu verkaufen. Also die Geschichte per se ist schon mal super, ich kenne die Auflösung und ihr könnt ja mal überlegen bis ins Ende der Sendung, ob sie stimmt oder nicht, diese Geschichte. Thema der Woche Ja, die heutige Sendung ist entstanden aus einem Projekt, an dem Alexa gerade arbeitet, über das wir noch gar nicht so richtig offiziell reden dürfen. Das werden wir dann tun, wenn es soweit ist. Und im Rahmen dieses Projektes hattest du dann auch dich mit Herrn Semmelweis beschäftigen müssen, wie auch immer. Ja, und das ist eigentlich eine interessante Geschichte, weil man irgendwie glaube ich weiß, dass der Name Semmelweis mit Medizin verbunden ist und irgendwie ist der ja auch wichtig. Aber hier wie so oft in 250 vorangegangenen Folgen hat man so ein gefährliches Halbwissen und denkt, ja, was war jetzt eigentlich wirklich, gucke ich mal demnächst nach und dann lässt man es natürlich bleiben. Oder aber viele von unseren Hörern, die natürlich sehr gebildet sind, wissen jetzt schon, um was es geht. Dann tut es uns leid, aber die Geschichte ist sehr, sehr erzählenswert, denn Herr Semmelweis gilt sicherlich als der, wahrscheinlich sogar der Erfinder der evidenzbasierten Medizin und vor allen Dingen der Methodologie von evidenzbasierter Medizin. Ja, oder sagen wir mal so einer bestimmten Haltung, die dahinter steckt, vielleicht noch mehr als einer bestimmten Methode. Also wir müssen, wir begeben uns jetzt mit diesem Thema Ignaz Philipp Semmelweis in die Medizingeschichte ins 19. Jahrhundert und zwar so bis hin zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Dann war dann noch die Medizin und erstaunlicherweise gab es einen riesen Unterschied zwischen dem, was in der Medizin so unter Gelehrten passiert ist und dem, was Ärzte so praktisch gemacht haben in der Behandlung von Kranken. Das ist ein ganz merkwürdiger Gegensatz, der da herrschte, weil es durchaus natürlich irgendwie so einen Austausch unter Gelehrten gegeben hat, wo man auch irgendwie neue Dinge diskutierte und sich irgendwie mit neuen Möglichkeiten auseinandergesetzt hat. Aber so ganz praktische Ärzte haben halt noch so ganz überkommene Vorstellungen gehabt. Also der Aderlass war irgendwie das Mittel der ersten Wahl. Merkwürdigerweise zum Beispiel auch eingesetzt bei solchen Dingen wie Blutverlust, also jemanden zur Ader zu lassen gegen Blutverlust, kommt einem so ein bisschen komisch vor, war aber irgendwie gängige Praxis. Schröpfen und ähnliche Dinge waren eben auch sehr verbreitet und irgendwie war auf dem Gebiet der Medizin so in der ganz praktischen Arbeit von Ärzten mehr so Aberglaube verbreitet als wirklich wissenschaftlich erworbenes Wissen. Das ist so irgendwie die Situation und dann kommen wir zu Semmelweiß. Genau, wir können vielleicht ganz kurz mal auch einordnungsmäßig sagen, dass Semmelweiß ja in einer Zeit lebte, wo Anästhetika mal so gerade erfunden waren. Aber die Narkose hatte Riesengegner. Also da muss man sich auch mal vorstellen, wenn ich da gerade nochmal kurz einhaken darf, dass es, ich spreche jetzt von einer Situation zum Beispiel in den USA, weil es dafür gerade beschrieben wurde, in der Arbeit, mit der ich mich beschäftige, dass die Narkose deswegen Gegner hatte zum Beispiel, weil man sagte, das widerspricht doch der Bibel. Also wenn man jetzt eine Frau, die ein Kind gebiert, unter Narkose setzt, um ihr zu helfen, dann widerspricht man der Bibel, weil da steht, dass die Frauen Kinder unter Schmerzen gebären sollen. Also erspart man dann der Frau etwas, was Gott ihr doch eigentlich auferlegt hat. Und all solche Vorstellungen spielten da auch eine Rolle. Ja und wenn wir jetzt davon reden, dass Semmelweiß 1847 etwas erfunden hat, ist 846 Anästhetika erfunden worden. Tatsächlich die Krankheitsverbreitung durch Viren und Bakterien, das ist daher ganz entscheidend, war in den 1850er Jahren dann erst so, dass man sie bewiesen konnte. Und die antiseptische Chirurgie, ja heute eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Also Lister, vorher sprachen wir von Louis Pasteur mit der Bakteriologie. Genau, Lister war dann 20 Jahre später, erst im Jahr 1867. Und die Wissenschaftlichkeit in der Medizin, das muss man ganz klar so sagen, war in den 1840er Jahren überhaupt nicht mit dem zu vergleichen. Man hatte so ganz krude Vorstellungen davon, was krank macht. Da waren Wetterbedingungen dran schuld, kosmologische Zusammenhänge, der Mond hatte einen Einfluss. Also all diese Dinge galten in der damaligen Medizin als Erklärungsansätze, um deutlich zu machen, warum jemand stirbt und ein anderer nicht stirbt. Und das war gängige Praxis tatsächlich. Und wir haben immer noch die Vorstellung der Humoralpathologie, wie sie noch auf Galen zurückgeht. Das heißt also die Vorstellung, dass die Gesundheit des Menschen bestimmt wird durch vier Säfte, als da wären gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim. Das sind also diese vier Säfte, die im Gleichgewicht sich befinden müssen im Körper, damit der Mensch gesund ist. Wenn da irgendwie ein Gleichgewicht herrscht, dann besteht eine Krankheit und man muss irgendwas unternehmen. Und da wären wir dann auch wieder beim Adalas. Der Adalas dient natürlich dazu, einen Überschuss an Blut, einem solchen Überschuss abzuhelfen. Das heißt also, man zapft den Menschen Blut ab, damit sie gesund werden. Und vielleicht, bevor wir vielleicht auf die Rahmendaten des Lebens von Ignaz Philipp Semmelweis gleich noch eingehen, Dr. Semmelweis, noch einen Satz. Was sich ja bis heute auch durch die Medizin und auch durch die Medizinforschung hindurchzieht, ist ja die Tatsache, dass die Komplexität des menschlichen Körpers, der biochemischen Vorgänge nach wie vor ja nicht restlos aufgeklärt sind. Und wir erleben es jetzt gerade wieder, dass wir im Grundverständnis davon haben, was für ein Virus wir vorliegen haben. Wir haben einen Virus aus dem Artenbereich der Coronaviren. Wir haben ihn benannt, SARS-CoV-2. Und wir wissen langsam, was für Arten von Krankheitsverläufen wir haben. Wir wissen, dass vorbelastete Menschen, das sind Millionen, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, wir haben alleine sieben Millionen COPD-Patienten, also Asthma-Patienten in Deutschland. Darunter sind auch Kinder, all diese sind ja Risikopatienten im Moment, aber die sind natürlich gerade für einen Atemwegsinfekt immer natürlich anfällig. Aber Bluthochdruck, Diabetes-Patienten, all das haben wir in unserer Gesellschaft. Menschen mit körperlichen Behinderungen, mit Bewegungseinschränkungen, also auch das sind Menschen, die zu der Risikogruppe im Moment gehören. Und was wir hier gerade ja erleben ist, wie Wissenschaft, medizinische Wissenschaft, Forschung weltweit versucht Antworten zu finden und damit dann ja auch den Impfschutz gegen dieses Virus zu erzeugen. Und parallel ist man ja auch noch auf der Suche, eine Behandlung zu finden, die zumindest die Verläufe auch mildern kann, weil auch das haben wir im Moment nicht. Und das heißt also, dass der Erkenntnisgewinn in der Medizin natürlich noch lange nicht abgeschlossen ist und wir natürlich davor stehen, weiter forschen zu müssen. Und die medizinische Forschung, die ich ja selber auch tätig bin, hat halt sehr viele Facetten, die wir uns immer wieder anschauen können und müssen. Und da eigentlich in der besten Tradition von Semmelweis versuchen, nach Erkenntnis zu streben, um auch unter Umständen, das ist ja eine der Moralaspekte der Geschichte rund um Dr. Semmelweis, ja Dinge, Zöpfe auch mal abzuschneiden. Das ist ja im Grunde genommen der Kern der Geschichte und das heißt also, das mag jetzt alles ganz archaisch wirken, was wir euch gleich erzählen werden, aber im Grunde genommen ist dieser Erkenntnis theoretische Prozess, den er durchlaufen hat, heute eigentlich gar nicht anders in der Medizin als früher. Wir wissen heute mehr, wir haben bessere Werkzeuge, wir haben eine bessere Vorstellung, aber die Gegebenheiten sind eigentlich nach wie vor die gleichen und deshalb ist auch der Einfluss von Semmelweis bis heute, glaube ich, so groß. Und er wird auch so oft deswegen immer nochmal zitiert an der einen oder anderen Stelle, weil das halt entscheidend ist. Ich weiß nicht, ob wir es schon getan haben, vielleicht sollten wir, bevor wir das Ganze detaillierter ausführen, einfach mal ganz knapp sagen, warum wir denn über Semmelweis sprechen. Lass uns ganz kurz sagen, einfach die Rahmendaten, er wurde geboren am 1. Juli 1818 im Teibel-Zirk Taban, ich hoffe, das sage ich richtig, in Buda. Dass es sich um Ungarisch handelt, vermutlich nicht, wie auch immer, also in Buda. Damals dann das Königreich Ungarn im Kaisertum Österreich seinerzeit und er ist verstorben am 13. August 1865, da war er 47 Jahre alt und ich glaube, auf den Tod gehen wir noch ein und er verstarb in Oberdöbling bei Wien in Österreich selber. Er war zu Beginn seiner ärztlichen Karriere Geburtshelfer, später ist er dann auch noch Chirurg geworden und vielleicht ganz kurz, dann kommen wir zu seiner Zeit als Geburtshelfer dann auch in Wien. Und da geht es dann in die Geschichte eigentlich los, hat er ja ursprünglich auf Wunsch und Geheiß der Eltern, die dafür sorgen wollten, dass das Kind eine vernünftige Ausbildung genießt, zunächst mal Jura studiert und ist dann nach Wien gekommen und hat dann in Wien, so wird es zumindest berichtet, an einer Pathologievorlesung, ne einer Physiologievorlesung, was Pathologie oder Physiologie? Anatomie. Anatomie war es. Im Himmel, Kinder, so ist es, spät am Tag, an einer Anatomievorlesung teilgenommen, das hat ihn nachhaltig beeindruckt und er hat sich dann umentschieden und hat gesagt, ich werde Arzt und dann hat er begonnen Medizin zu studieren, hat sich auf Geburtshilfe spezialisiert, so muss man das sagen, das war offensichtlich meine Studiengänge natürlich früher noch anders, als das heute war. Und wir steigen jetzt so langsam ein, wie er dann so in den 1840er Jahren in Wien in einem Krankenhaus, ja auf einer Geburtsstation angefangen hat zu arbeiten. Genau, jetzt hast du quasi schon so den Rundumschlag gemacht. Ich hätte jetzt kurz vorausgeschickt, der Grund, dass wir über Ignaz Semmelweis reden, ist, dass er herausgefunden hat, wie das Kindbettfieber entsteht und übertragen wird und hat dann durch eine gewisse Technik der Reinlichkeit dafür gesorgt, dass die Sterblichkeitsrate und die Übertragung des Kindbettfiebers doch sehr stark eingedämmt werden konnte. Das Kindbettfieber oder das Puerperalfieber war damals tatsächlich unter werdenden Müttern, also unter Gebärenden sehr, sehr stark verbreitet. Man hat aber in Wien in diesem allgemeinen Spital, an dem Semmelweis tätig war, festgestellt, dass doch im Gegensatz zu Hausgeburten und auch selbst zu Straßengeburten, also wenn die werdende Mutter es nicht mehr rechtzeitig in die Klinik geschafft hat, um es mal salopp zu formulieren, die Sterblichkeit geringer war als bei den Frauen, die ihre Kinder im Krankenhaus bekommen haben. Und um es kurz einzuordnen, auch den Begriff hat man ja in letzter Zeit in der Presse und in den Medien häufig gehört, die Mortalität, also die Anzahl von Frauen, die nach der Geburt verstarben, lag bei 29 Prozent. Also das muss man sich mal vorstellen, wer also im Krankenhaus sein Kind bekam, hatte so knapp eine Drittel, nee nur eine zwei Drittel Überlebenschance nach der Geburt, ein Drittel der Frauen, die ein Kind geboren hatten, verstarben. Und das ist eine Zahl, das ist schon erstaunlich. Also und auch da hat sich dann schon in der Frühzeit Semmelweis ziemlich von seinen Kollegen unterschieden, also unter seinen Kollegen war halt die Auffassung verbreitet, ja, hier gerade, also es gab zwei Stationen, gerade auf Station 1 ist die Sterblichkeitsrate halt sehr, sehr hoch. Das ist halt so, dass Frauen, die Kinder bekommen, am Kindbett Fieber erkranken, das ist Gott gegeben, da können wir nicht viel machen, wir können ihnen nur die bestmögliche Pflege zukommen lassen. Semmelweis fand das alles merkwürdig und erst recht so die Erklärungsansätze seiner Kollegen. Es war damals eben, wie du schon am Anfang angedeutet hast, noch weit verbreitet zu vermuten, dass es irgendwelche kosmischen Zusammenhänge gäbe bei der Krankheitsverbreitung. Der Durchzug. Irgendwas in der Luft, die Atmosphäre, die Jahreszeiten, was auch immer da eine Rolle spielte. Und dann hat aber Semmelweis sich gedacht, ja, aber wenn das doch der Fall wäre, dann müsste doch eigentlich ganz Wien davon betroffen sein. Aber irgendwie ist das nur hier auf unserer Station 1 besonders schlimm, denn es war tatsächlich so, auf Station 1, wo Medizinstudenten assistierten und Ärzte, war die Sterblichkeit sehr, sehr hoch. Auf Station 2, bei den Hebammen, war sie wesentlich geringer. Und dann hat er angefangen zu überlegen, woran das liegen könnte. Vielleicht im Vergleich, also 29 Prozent auf der besagten Station 1 und auf der Station 2 3 Prozent. Ja, und die Art und Weise, wie Semmelweis jetzt vorgegangen ist bei der Klärung der Frage, woran das denn liegen könnte und was man dagegen tun könnte, das ist wirklich so wissenschaftlich par excellence. Und da war er wirklich dann seinen Kollegen auch weit voraus. Jetzt muss man sagen, also wir haben einen Unterschied um den Faktor 10, was bei einer Sterblichkeit schon auch wirklich, wirklich mal eindrucksvoll ist. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, obwohl eben all diese Dinge, die wir heute über die Medizin wissen, nicht Gültigkeit haben. Du hast es gerade schon gesagt, Alexa, hat er jetzt eine Methode angewendet, dass er Hypothesen aufgestellt hat. Dann hat er geguckt, ob die stimmen. Und hat immer Station 2 mit Station 1 verglichen. Und das Schöne war auch vielleicht am Anfang dazu gesagt, er hat eine Hypothese aufgestellt und ist dann aber wirklich ergebnisoffen, wie man so schön sagt, ohne Grundannahme und ohne eine Haltung von, ich kenne die Antwort ja eigentlich schon, an die Sache rangegangen. Das heißt, egal wie der Fall ausgegangen wäre, ob dann seine Hypothese stimmt oder nicht, das war ihm egal, er wollte einfach nur wissen, ob es so ist oder auch nicht. Hypothese 1 war, okay, wie die Station 1, wo die Sterblichkeit so hoch ist, ist total überfüllt und da ist viel mehr los als auf Station 2. Und daran könnte es vielleicht liegen. Und dann ist man hergegangen und hat gezählt. Genau. Und kein Wunder, dass die eine Station voller war als die andere. Natürlich spricht es sich rum, dass in der einen Station mehr Menschen sterben als in der anderen. Also es ist ja auch eine Nachvollziehung und das hat man dann getan. Ja, also das war so seine Hypothese, dass Station 1 überfüllt ist. Wie du aber angedeutet hast, war das genau eben nicht der Fall, weil keiner mehr auf Station 1 bei den Ärzten behandelt werden wollte. Vermutet man, war auf Station 2 wesentlich mehr los. Das heißt also, die Sterblichkeit war geringer, aber es war mehr los. Also das konnte auch schon mal irgendwie mit dem Kindbettfieber nichts zu tun haben. Die nächste Idee, die dann kam, also Überfüllung ist ja eigentlich sowas, wo man sagt, okay, viele Menschen auf engen Raum, vielleicht hat das einen Einfluss. Die nächste Hypothese ist dann schon wieder spannend. Da war nämlich die Aussage, dadurch, dass natürlich so viele Menschen starben, war es üblich, dass der Priester dort in Wien im Krankenhaus den Patientinnen die Krankenbettesalbung noch gab vor dem Tod. Und da war es dann so, dass er, wenn er auf die Station kam, eine Glocke läutete. Und in der Station 1 war es so, dass er einen relativ weiten Weg hatte, um dann jeweils an das Bett zu kommen, bauartbedingt. Und dort die Glocken läutete. Und an allen anderen vorbeigehen musste. Genau, und da war so eine Hypothese von Semmelweis, naja, vielleicht dieses Glocken läuten und dieser Weg des Priesters. Und die Frauen wussten natürlich, und jetzt ist wieder jemand gestorben oder liegt jemand im Sterben. Genau, und jeder bekam das auch mit, dass der Priester kommt, selbst wenn man am Schlummern war, man hörte die Glocke läuten, man guckte und sagte, oh Gott, hier liegt wieder jemand im Sterben. Und da war so die Idee, auf der anderen Station konnte der Priester direkt immer zu den Krankenzimmern gehen, weil die Bauart dort anders bedingt war. Ja, und die These war jetzt, na, vielleicht, wenn der nicht mit der Glocke läutet, vielleicht stresst das dann die anderen Mütter nicht so fair. Und das hat einen Prozess. Ziemlich so anfällig, genau. Ja, und, Alexa, was kam raus? Ja, man hat es ausprobiert und hat dem Priester auf Station 1 einen direkten Zugang ermöglicht und hat gesagt, ja, wir machen das mal alles still und leise, damit du nicht so viel Angst und Schrecken verbreitest mit deinem Glocken läuten. Aber auch das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. So, das heißt, also Glocken läuten ist jetzt auch nicht wirklich ein wissenschaftliches Konzept, aber es war eine Idee, es war ein Unterschied zwischen den beiden Stationen, die Semmelweis wahrgenommen hat. Und er hat gesagt, gut, dann testen wir doch mal, ob das der Unterschied zwischen den beiden Stationen ist. Genau, auch der Geburtsvorgang war Gegenstand einer Hypothese. Man hat nämlich geguckt, ob die Lagerung der Gebärenden während der Geburt irgendeinen Einfluss hat. Also, ob sie nun in Seitenlage oder in Rückenlage sich befindet, aber auch da ist man nicht wirklich zum Ziel gekommen. Und dann, du hast es gerade schon eingangs geschildert, aber das ist dann erst später aufgefallen, ist es so, dass auf Station 1 Medizinstudenten im Wesentlichen an den Geburten dabei waren, unterstützt haben. Und auf der Station 2 waren es die Gebärenden. Die Hebammen. Entschuldige, die Hebammen jetzt. Die Assistierten, genau. Der Tag war schon sehr lang. Die Hebammen. So, und jetzt ist also die Frage, ist so eine Hebamme vielleicht ein bisschen sanfter im Umgang? Sind die Medizinstudenten noch ruppiger? Und hat das einen Einfluss? Und da gab es eigentlich einen relativ cleveren Trick, das zu überprüfen. Man hat nämlich gesagt, komm, wir tauschen das mal. Hebammen, bitte auf die andere Station und Medizinstudenten, wir trennen das mal. Das hat man dann auch tatsächlich durchgeführt. Also, soweit hat man sich auch auf dieses Experiment, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auf das Testen der Hypothese eingelassen. Das Ergebnis war aber dann doch auch wieder interessant, Alexa. Und das ist tatsächlich ein bisschen gruselig, wenn man dann solche Formulierungen vor sich hat, wie dass der Tod oder die Mortalität, die Sterblichkeit den Medizinstudenten nachfolgte. Also, dass es tatsächlich so war, nachdem die Medizinstudenten auf Station 2 und die Ärzte auf Station 2 umgezogen sind, dann dort eben die Sterblichkeit höher lag. Und das gab dann doch Semmelweis sehr, sehr zu denken, wobei er immer noch nicht genau sagen konnte, woran es dann nun liegt. Ja, und dann gab es 1847 die Situation, wo ein Kollege von Semmelweis sich bei einer Obduktion an einer an Kindbettfieber verstorbenen Patientin an dem Messer gestochen hatte oder sich einen Schnitt zugefügt hat. Und der Kollege von Semmelweis verstarb daraufhin und zwar an Symptomen, die, obwohl er keine Frau war, dem Kindbettfieber ganz, ganz ähnlich waren. Und da verknüpfte dann Semmelweis dieses Instrument der Obduktion, an dem sich der Kollege verletzt hat, mit den Medizinstudenten, die nämlich, und das ist der Clou an der Geschichte, auch Obduktion durchgeführt haben im Rahmen ihres Studiums. Und dann zum Teil direkt von einer Obduktion kommend mit den eigenen Instrumenten, das war damals so, dann auf die Station der Gebärenden kamen und dann an einer Geburt teilgenommen haben, unterstützt haben. Und dann Untersuchungen auch durchgeführt haben. Untersuchungen durchgeführt haben und da war dann seine Hypothese, hm, vielleicht ist ja irgendwas auf diesen Dingen, die da benutzt werden im Rahmen. Und an den Händen. Und an den Händen, aber zunächst mal waren es die Dinge, wo er gesagt hat, naja, Leichengift war so ein Konstrukt, was es zur damaligen Zeit gab, weil man sich das sonst nicht so alles erklären konnte. Leichen sind übrigens nicht giftig, war der bei der Gelegenheit, aber erste These war, lasst uns bitte mal eure Instrumente mit Chlorkalk oder Chlorwasser sauber machen. Die Quelle, die ich gelesen habe, die sagte dann eben, also Instrumente gereinigt, die Mortalität sank, aber war immer noch schlechter als auf der Hebammenstation. Und dann, Alexa, natürlich der Gedanke, wascht euch auch noch die Hände. Und das Händewaschen hat mehr Widerstand ausgelöst, als noch die Instrumente zu reinigen, muss man mal ganz klar sagen, bei den medizinischen Kollegen. Aber das Ende von Lied war, die Sterblichkeit sank auf Station 1, nachdem man Instrumente und Hände mit Chlorwasser reinigte. Hände mit Seife waschen war auch vorher schon mal, also auch nicht so ganz konsequent, wie wir uns das heute wünschen würden, angedacht. Da war aber klar, dass Seife alleine wohl nicht reicht, deswegen eben die Idee, Chlor als Wirkstoff, als desinfizierenden Wirkstoff hinzuzunehmen. Alkohol, damals war noch nicht bekannt, dass das irgendeine Wirkung hat. Wir wissen ja heute, dass die meisten Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, die wir haben, auf Alkoholbasis in vielen Bereichen basieren. Deswegen ja auch diese lustige Pressemittelmeldung, dass Alkohol gegen Corona hilft. Haha, lass uns alle was trinken. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber Chlor war das, was man wusste, was wohl sauber macht. Und ja, wir stellten fest, in Wien mit Herrn Semmelweis, die Mortalität sank. Und die Erklärung war zumindest gefunden, zunächst mal, dass… Oder sagen wir mal so eine Verbindung, ne? Eine Verbindung, genau. Erklärung käme ja später, aber die Verbindung ist genau richtig. Zwischen ungereinigten Instrumenten und Händen und dem erhöhten Auftreten des Kindbettfiebers. Interessanterweise war es dann noch so, dass es wohl einen Fall gab, wo eine Frau einen Tumor hatte, verbunden mit Kindbettfieber. Also weil wir jetzt bei der Leichenmaterie als Überträger waren. Genau, das hatte er jetzt also, also diese Verbindung hatte er geknüpft. Also irgendwas mit dieser Leichenmaterie, wenn sie in den Körper von Lebenden gelangt, ist schlecht und löst eben diese Erkrankung aus. Und dann gab es in dem Fall, dass sie eine Frau untersucht hatten, die dort an Gebärmutterheizkrebs erkrankt war. Und daraufhin dann noch zwölf weitere Patientinnen untersuchten an dem gleichen Tag. Und von denen sind dann auch elf, muss man sich mal vorstellen, am Kindbettfieber verstorben. Sodass dann die These von dem Totenmaterial, was du gerade gesagt hast, Alex, hat dann auch noch auf krankes Material übertragen worden ist. Und en passant sozusagen durch diese Ausschlussmethodologie, die wir gerade beschrieben haben, man zu dem Schluss kam, Semmelweis zu dem Schluss kam, wenn mit Chlor sowohl Hände als auch Besteck nach jedem Patienten desinfiziert werden und später dann sogar noch die Bettwäsche entsprechend ordentlich gereinigt wird, dann sinkt die Mortalität. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum war das denn bei den Hebammen nicht? Haben die sich immer gewaschen und die Ärzte nicht? Nee, ganz einfach. Die Hebammen haben an diesen Obduktionen nicht teilgenommen und haben auch keine medizinischen Untersuchungen durchgeführt. Die Vaginaluntersuchungen. Und das war eben genau der Unterschied, warum es bei den Hebammen, bei der Hebammengeführtenstation nicht zu diesen großen Zahlen des Auftretens von Kindbettfieder gekommen ist, aber eben auf der Station, wo Medizinstudenten unterwegs waren. Das heißt also, Semmelweis ist sehr wissenschaftlich vorgegangen, indem er eine Hypothese nach der anderen getestet hat und wenn sie dann sich nicht als wahr erwies, verworfen hat und sich der Nächsten zugewandt hat. Und er hat dann schließlich auf diese Weise den Grund und die Verbreitung für das Kindbettfieber gefunden und konnte ganz praktisch etwas dagegen unternehmen, aber was ihm trotzdem fehlte, war der theoretische Überbau. Das heißt, das Ganze hatte sehr konkrete Auswirkungen auf die ärztliche Praxis in seinem Umfeld, auch wenn er nicht im Einzelnen erklären konnte, wie diese Mechanismen dahinter jetzt ablaufen, weil die Erregertheorie der Krankheiten eben noch immer nicht in dem Maße Fuß gefasst hatte und verbreitet war und ausgearbeitet war, wie es dazu notwendig gewesen wäre. Das hätte er unter Umständen später noch vielleicht mit aufnehmen können in seine Überlegungen, aber da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Er war jetzt eigentlich, obwohl das sehr, sehr wissenschaftlich klingt, nicht so der Wissenschaftler vom heutigen Typ, der also forscht und forscht und publiziert und publiziert. Also gerade dieses Darstellen seiner Ergebnisse zugänglich machen und dieses Weiterentwickeln und Publizieren war irgendwie nicht so sein Ding. Naja, können wir gleich noch ausgehen. Ich würde gerne noch einmal eine Parallele vielleicht auch kurz ziehen zur heutigen Zeit. Wir wissen halt auch genau, wie so Coronaviren im Groben funktionieren. Wir wissen, wie wir uns im Moment schützen können, Abstand halten, auch mit Maske zwei Meter Abstand halten, so wenig wie möglich rausgehen, wenig mit Härten, Fremden, sage ich mal. Also Menschen, mit denen man sonst nicht den ganzen Tag zusammen ist, verkehren, was uns ja alle schmerzt im Moment. Aber so das Abschalten, das können wir noch nicht und vor allem noch nicht die Gewirkmechanismen so weit identifizieren, dass wir heilen oder impfen können gegen Corona. Also ich finde, das ist, jetzt werden wir natürlich alle, die sich mit Virologie besser auskennen, widersprechen und sagen, nein, wir wissen viel mehr. Ja, ich will nur so ein kleines Bild anführen, spreche ich das nochmal an. Und ja, klar, jetzt müsste man ja erwarten, Semmelweis hat das entdeckt. Und wenn man jetzt das noch heute transponieren würde, wissenschaftliche Publikationen in The Lancet oder British Medical Journal meinetwegen und die ganze Welt sagt, wunderbar, wir können vermeiden, dass Frauen unnötig am Kindbett fieber. Es ist übrigens eine Form der Blutvergiftung, wir können das jetzt auch mal sagen, woran die gestorben sind. Und der Arzt, der Kollege von Semmelweis, der nach der Wunde gestorben ist, ist eben auch an einer Sepsis, an einer Blutvergiftung gestorben. Und es sind eben Bakterien, die dafür verantwortlich sind. Das wusste Semmelweis aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, weil man noch nicht wusste, dass Bakterien existieren. Aber man hätte jetzt ja erwarten können, der Semmelweis schreibt einen Artikel, der wird veröffentlicht und weltweit sagen alle Ärzte, Medizinstudenten, die sich mit Gebärenden beschäftigen, super. Aber es ist ja wunderbar, wir können den Tod verhindern. Das ist ja genau das, warum wir Arzt geworden sind eigentlich. Also zack, hier überall Chlor hin, alles wird gut, die Menschen sterben nicht mehr. Jetzt haben wir natürlich heute auch Mechanismen, nach denen Wissenschaftler die Arbeit von anderen Forschern kritisieren, prüfen, 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 kritisieren, kritisieren. Und dann, wenn man sagt, ja okay, das ist wirklich hieb- und stichfest, dann sind sich die Leute alle einig. Und die Situation bei Semmelweis damals war insofern anders, dass es zwar auch Kritik gab, aber das war keine begründete Kritik, nachdem man sich also intensiv damit auseinandergesetzt hatte, sondern es war Kritik nach dem Motto, nee, wir haben das schon immer anders gemacht, wir haben da einfach keinen Bock drauf. Und das Gesellschaftsbild der damaligen Zeit spielt natürlich auch eine Rolle. Der Mediziner, ein hoch aufgehängter Status in der Gesellschaft, eher die feinere Gesellschaft, die gehobene Gesellschaft und der muss sich jetzt ja nicht die Hände waschen, weil er für tot verantwortlich ist, sondern er ist natürlich quasi ein Studium, seine Ausbildung und seines Status und Standes ja wohl nicht der Grund, warum Frauen sterben. Ja, sondern das liegt ja wohl nicht an mir und das im Umkehrschluss hat hier bedeutet, Leute, wenn ihr euch die Hände waschen oder gewaschen hättet, wären 30 Prozent der Frauen, die unter euren Händen gestorben sind, nicht gestorben. Das ist ja auch keine schöne Aussage, der man sich stellen muss. Also, wie du gerade schon beschrieben hast, war die Reaktion, der spinnt doch. Das ist totaler Quatsch. Es gab dann so Menschen wie Virchow, der ja heute auch sehr bekannt ist, der eher ein Vertreter von, ja, ich sage mal heute, pseudomedizinischen Erklärungsmodellen von Erkrankungsmodellen unterwegs war. Auch Gegner der Erregertheorie zum Beispiel, ja, tatsächlich. Und dann war es so, naja, Virchow ist anerkannt, da kommt so ein kleiner Assistenzarzt aus Wien daher und sagt hier Händewaschen, das ist doch völliger Quatsch, weil das ist ja gar nicht bewiesen. Und das ist etwas, was dann eben nicht dazu führte, dass Semmelweis während seiner Zeit in Wien Anerkennung bekam, mit Preisen überschüttet wurde, Nobelpreis bekam, das gab es damit natürlich auch gar nicht, aber und Karriere machte, sondern ganz im Gegenteil, man wollte den eigentlich loswerden, weil er ja, jetzt kommen wir in seine weitere Lebensgeschichte rein, dann irgendwann auch begann, nicht so diplomatisch zu sein, sondern den Leuten auch von dem Kopf zuzusagen, Kinder, passt mal auf, das ist nicht gut, was ihr macht. Also ich meine, eigentlich war es ja auch ein absoluter Knaller, was er da rausgefunden hat, wenn er rausfindet, dass die Ärzte, die eigentlich den Frauen helfen wollten, verantwortlich für deren Tod waren, unter anderem auch er selber, weil er selber natürlich auch Obduktionen vorgenommen hat und danach Frauen untersucht hat. Also auch er selber musste sich da der Verantwortung stellen, dass er viele Frauen das Leben gekostet hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit und das ist natürlich wirklich eine furchtbare Situation und es ist klar, dass die Abwehrreaktion dann im Kollegium ziemlich groß gewesen ist. Also es gab auch vereinzelt wirklich Fürsprecher, die sich sehr an seine Seite gestellt haben. Aber gerade so sein Direkter Vorgesetzter, der Professor Klein, haben sich dann nicht mit Ruhm bekleckert und wollten ihn wirklich weg ekeln und er ist dann auch, ja tatsächlich, wie du angedeutet hast, immer ausfälliger geworden. Also er hat dann tatsächlich noch sein Buch publiziert, da war er, glaube ich, schon gar nicht mehr in Wien und hat über die Äthiologie, also die Entstehung und Ursache des Kindbettfiebers, ein Buch veröffentlicht tatsächlich. Aber eigentlich hat er dann irgendwann nur noch bitterböse Briefe geschrieben an seinen alten Gegner und hat denen wirklich schwarz auf weiß Mord vorgeworfen. Und das war natürlich etwas, was kaum einer wirklich sich gefallen lassen konnte und akzeptieren konnte. Und insofern war es natürlich auch wirklich so diese mangelnde Diplomatie, die vielleicht dafür gesorgt hat, dass er ja sehr in der Versenkung verschwunden ist. Genau, also die geburtsrechtliche Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien ist ihm dann irgendwann losgeworden und er hat dann angefangen als Professor in Pescht zu arbeiten, also Budapescht, da kommt es ursprünglich her. Und in der Zeit war es dann so, dass er das Buch geschrieben hat und dieses Buch, diese Äthiologie, heute sagt man, das war auch nicht gut geschrieben. Also es kann auch natürlich jetzt, heute gibt es Stimmen, die so aus der Perspektive unserer Zeit zurückblickend Medizinhistoriker zum Beispiel sagen, naja, Semmelweis war auch jemand, der einfach nicht eine gute Schreiber hatte. Und deswegen hatte der vielleicht auch nicht so große Lust zu publizieren, weil er das wusste, dass das nicht seine Stärke ist. Und du hast es gerade schon gesagt, am Ende waren es dann Brandbriefe, die natürlich nicht dazu geführt hat, dass man ihm mehr Gehör schenken wollte, sondern ganz im Gegenteil, ihn ja immer mehr an den Rand drängt und für einen Spinner hielt. Er hat Publikation in einer kleinen Zeitung gehabt in Ungarn, aber dann auch in ungarischer Sprache, das heißt, das war dann auch so gar nicht der Welt offen und zugänglich. Heute würde man sehr, sehr viel einfach auf Englisch publizieren und das lesen einfach sehr viele Menschen in der Wissenschaft und haben dann auch Zugriff. Und ich kann mal hier so aus einem Brief vielleicht mal kurz was vorlesen, den er geschrieben hat und zwar ist das ein Brief, den er geschrieben hat an einen Herrn Späth in Wien aus dem Jahr 1861. Und da schreibt Simmelweis, ich trage in mir das Bewusstsein, dass seit dem Jahre 1847 Tausende und Tausende von Wöchnerinnen mit Säuglingen gestorben sind, welche nicht gestorben werden, wenn ich nicht geschwiegen, sondern jedem Irrtum, welcher über Puerperalfieber verbreitet wurde, die nötige Zurechtweisung hätte teilwerden lassen. Das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten und an jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtüme über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Für mich gibt es kein anderes Mittel, dem Morden Einheiten zu bieten, als die schonungslose Entlarvung meiner Gegner und niemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird mich tadeln, dass ich diese Mittel ergriffe. So, und dann später nochmal schrieb er an einen Herrn Skanzoni in Würzburg, sollten Sie aber, Herr Hofrat, ohne meine Lehre widerlegt zu haben, fortfahren, Ihre Schüler und Schülerinnen in der Lehre des epidemischen Kindbettwieders zu erziehen, so erkläre ich Sie vor Gott und der Welt für einen Mörder. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass man das jetzt nicht so klasse fand. Semmel war selber, du hast es schon gesagt, auch mit eigenen Vorwürfen natürlich belastet, wissend, dass er nicht genug publiziert hat, sich vielleicht nicht genug eingesetzt hat, das kam ja auch in dem Zitat durch. Und, tja, dann war es so, dass… Tragische Gestalt. Genau, dass es ihn einholte, 1865, erkrankte er an schweren Depressionen, das Verhalten vorher bis zu diesem Zeitpunkt, dieses aggressive Verhalten, das emotional leicht erratisch Verhalten, wurde damals schon oder heute dann immer so interpretiert als mögliche andere Erkrankungen, die ihn ereilt haben. Das ist ähnlich wie im Fall Beethoven, ein bisschen schwierig, da jetzt im Nachhinein eine Diagnose stellen zu wollen, es wird in manchen Quellen auch gesagt, er habe getrunken, vermehrt. Vielleicht auch wegen der Depression, das wäre natürlich nicht unüblich, atypische Syphilis wird ihm nachgesagt, die zu Verhaltensänderungen führt, ohne dann eben die körperlichen Male zu haben. Aber alle Spekulationen natürlich und es war dann aber so, dass er im Juli 1865, so wird es zumindest dann berichtet, in die Landesirrenanstalt in Döbling bei Wien eingeliefert wurde und zwar nicht freiwillig, sondern zwangseingeliefert, so wird es beschrieben und dann dort in dieser Irrenanstalt, so war offensichtlich der Name zur damaligen Zeit oder zumindest der landläufige Name, auch verstarb. Unter bis heute nicht ganz klaren Bedingungen, es wird angegeben, dass er an einer Sepsis wohl auch selber verstorben sein soll, an einer Blutvergiftung wegen einer Wunde, die er gehabt hat. Da ist man sich uneinig, ob er die schon hatte, als er in die Landesirrenanstalt eingeliefert wurde. Es war tatsächlich so, dass man dann ihn nochmal exhumiert hat, viel, viel später, weil eben die Todesumstände von Semmelweis nicht eindeutig waren. Und man stellte fest, das war nämlich im Jahr 1963, also da kann man auch mal einordnen, wie viel später ist denn, wenn es tatsächlich war, diese Exhumierung, dass er an den Händen und auch Armen Brüche aufgewiesen haben soll, schwererer Natur. Und auch Rippenbrüche. 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 Und das zeigt natürlich auch nochmal, wie wichtig eben die Hygiene ist. Das zeigt auch, dass man bis heute ja immer bemüht ist, die Hygiene auch in Krankenhäusern hochzuhalten. Wir haben jetzt natürlich eine Extremsituation im Rahmen einer Pandemie. Jetzt wird wirklich richtig doll drauf geachtet. Aber wir sehen ja auch, dass zum Beispiel wenn man in die Niederlande schaut, die Niederländer uns, was das Thema Hygiene angeht, massiv überlegen sind in Deutschland. Das Auftreten von multiresistenten Keimen in Krankenhäusern ist in den Niederlanden so gut wie überhaupt gar nicht existent. Das muss man vielleicht mal erwähnen. Warum ist das nicht existent? Weil die Niederländer ein System haben, was zum Beispiel dazu führt, dass ein Landwirt, der ins Krankenhaus muss, unter Umständen zunächst mal zwei Tage in Quarantäne kommt in einem niederländischen Krankenhaus, weil man weiß, dass gerade wenn Tierhaltung in der Landwirtschaft vorhanden ist, in den Ställen multiresistente Keime vorherrschen. Deswegen wird ja auch sehr viel Antibiotika in der Tierhaltung verwendet, in der Massentierhaltung. Und Landwirte tatsächlich eine Risikopopulation für multiresistente Keime sind und die lässt man in den Niederlanden in der Regel erstmal nicht unter die normalen Patienten. Das ist teuer, das ist aufwendig, das ist auch nicht nett vielleicht für den Landwirt, der da ins Krankenhaus kommt, sorgt aber dafür, dass da ein ganz anderes Hygienebewusstsein vorherrscht. Und in einem medizinischen System, was wir haben, was an vielen Stellen einfach spart, müssen wir uns dann eben eher so mit mehr multiresistenten Keimen in Krankenhäusern herumplagen. Aber das ist natürlich jetzt ein politisches Thema, Gesundheitssysteme, all das wird sicherlich nochmal angedacht werden. Und man kann ja nur hoffen, dass die Lippenbekenntnisse, dass das jetzt sich mal ein bisschen ändert in den Krankenhäusern, auch was die Mittel angeht, im Sinne von Finanzmittel, vielleicht nach Corona auch einen Sinn macht. Aber das war ja mal nur so ein Beispiel zu zeigen, dass Hygiene auch heute noch entscheidend ist und dass auch heute noch Hygiene, wenn sie dann ganz streng und wissenschaftlich und sehr nüchtern ohne auf den Blick auf Kosten durchgeführt wird, immer noch einen schützenden Faktor haben kann. Das ist einfach ganz interessant. Und wir müssen nicht denken, dass wir heute im 21. Jahrhundert bei allem immer auf der absoluten Höhe sind. Also das ist ja auch so eine Arroganz zu denken, ja okay, aber damals, erste Hälfte, 19. Jahrhundert. Das holt uns jetzt ja gerade ein. Das holt uns jetzt gerade ein und es wird uns, auch wenn diese Pandemie dann irgendwann überstanden ist und wir vielleicht sogar auch in 12, 15 Monaten Impfstoff haben, es geschafft haben, dann auch genügend Teile der Population Mensch durchzuimpfen, dass das Risiko von SARS-CoV-2 dann geringer wird und die Folgen von diesem Virus, es wird ja die nächste Pandemie kommen. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass eben solche Viren auch weiter mutieren werden und irgendwann kommt das nächste Ding um die Kurve und vielleicht haben wir dann aus der heutigen Situation was gelernt. Aber das soll ja hier keine Corona-Folge sein. Aber genau, das ist wichtig, was du sagst auf jeden Fall. Und natürlich ist es immer interessant, wenn wir jetzt über solche Sachen reden, sich mal zu fragen, ja wie kann man sowas denn auf unsere Situation übertragen. Ich würde vielleicht gerade einmal noch etwas quasi nach draußen senden, was man so vielleicht mitnehmen kann aus dieser ganzen Geschichte, ja. Lass mich da noch ein Beispiel gerade einfach, weil es mir eben eingefallen ist, dann habe ich es vergessen, jetzt sind wir gerade wieder eingefallen, ich will jetzt gerade noch loswerden. Jemand, der nach einer ganz ähnlichen Methode übrigens gearbeitet hat, ist der Hygieniker, der Typhoid Mary untersucht hat. Auch der hat nach einem Aufschlussverfahren versucht herauszufinden, was die Verbindung zwischen dem Auf... Detektivischem Gespür. ...hat auch Hypothesen gehabt und hat dann eben den unbekannten Fall eines arttypischen Trägers in Mary dann am Ende identifiziert. Und auch da war es ja wirklich so eine Hypothese, ein Ausschlussverfahren, was am Ende dazu geführt hat, der Ursache auf den Grund zu gehen. Das fällt mir gerade noch mal ein, weil wir da gerade eben erst eine Folge drüber gemacht haben. Das ist eine ganz wunderbare Überleitung zu nehmen, was ich sagen wollte, weil was man tatsächlich auch wirklich für sein tägliches Leben mitnehmen kann. Und ich weiß, da draußen sind ganz viele Leute, denen kommt das total selbstverständlich vor, aber eben nicht allen. Wenn man die Ursache für irgendwas rausfinden will, was einem so als Phänomen begegnet, dann sollte man am besten an solche detektivischen Suchen ohne irgendwelche Grundannahmen. Herangehen und nicht das Gefühl haben, eigentlich weiß ich ja woran es liegt, aber jetzt will ich doch noch mal gucken. Und dann sozusagen die eigene Grundannahme dieser Suche überstülpen. Das verhindert nämlich, dass man den wahren Grund finden kann in vielen Fällen. Das heißt also, man kann eine Hypothese bilden, aber man muss auch halt damit rechnen, wenn man dann anfängt, sie wirklich intensiv zu überprüfen, dass man widerlegt wird. Und dann muss man ganz unemotional sein und darf nicht mit Ideologie oder mit viel Liebe irgendwie an dem Ding dranhängen, weil dann ist es nämlich gestorben. Und dann muss man sich der nächsten Hypothese zuwenden und die überprüfen. Und das ist dann eben die Art und Weise, wie man wahren Ursachen auf die Spur kommen kann und nicht dadurch, dass man das Gefühl hat, man weiß die Antwort eigentlich schon. Schönes Beispiel habe ich jetzt gerade wieder auf YouTube gehabt, wo mir jemand erklären wollte, Bob Lazar erzählt die Wahrheit, weil der hat das Element 115 lange vorher gesagt, bevor es dann real bewiesen worden ist. Und das sei ja der Beweis, dass er mit allem, was er sagt, Recht hat, Bob Lazar. Wir würden halt das nur nicht wahrhaben wollen. Und auch da kann man jetzt die Hypothese haben, ja, das stimmt. Oder man guckt sich nochmal die Faktenlage an und stellt fest, dass es dann schon, glaube ich, im Jahr 1969 schon hypothetische Elementregister gab, wo man solche schweren Elemente vorhergesagt hat. Sogar noch schwerere Elemente. Man hat genau diese Periodensysteme, das Wort habe ich gesucht, schon in dieser Zeit entwickelt. Und das heißt also nicht, dass Bob Lazar das vorhergesagt hat, sondern dann hätten es ja die Leute 1969 vorhergesagt. Aber das waren ja leider noch Wissenschaftler, die gesagt haben, theoretisch sind die alle möglich und haben das nicht mit Aliens verknüpft. Und das ist halt nicht so attraktiv natürlich. Bob Lazar hat aber eben nur etwas gesagt, was es 1969 schon gab. Und dann ist das für mich kein Beweis dafür, dass er die Wahrheit erzählt, sondern eher ein Beweis dafür, dass genau das eintritt, was du sagst. Man will von seiner eigenen Hypothese, die man sich gemacht hat, nämlich Bob Lazar sagt die Wahrheit, über außerirdische Antriebssysteme eben nicht mehr abweichen. Genau, und sucht sich dann halt auch die Belege raus, die schon zur gebildeten Hypothese passen. Und die, die nicht so gut passen, die kehrt man dann lieber unter den Teppich. Und das ist halt auch, also das können wir halt auch vielleicht nochmal sagen, also wenn jetzt irgendwie das buchstäbliche Alien hier bei uns im Innenhof landen würde. Mache ich morgen eine Sendung, mache ich ein Interview. Stelle ich mich vor die Kamera und sage hier, sorry, ich habe mich total geirrt. Das heißt ja auch nicht, dass ich das nicht super geil finden würde. Ja, eben. Jetzt stellt euch mal vor, morgen landet vor Frau Merkels Waschmaschine in Berlin ein UFO. Da kommt ein Männchen raus, sagt prima, hier, komm mal mit deinem Inshop. Take me to your leader. Genau, lass mal Party machen. Das kann von mir aus auch Trump sein, aber das, ich glaube Frau Merkel könnte sachlicher damit umgehen, aber das ist meine persönliche Meinung. Na klar, würde ich versuchen ein Interview mit dem Alien zu machen, das kommt dann in die nächste Huxilla-Folge. Und dann haben wir den Beweis für außerirdisches, intelligentes Leben, was auf der Erde war. Ich sage ja auch nicht, dass es keine außerirdische Intelligenzen gibt, die waren halt nur nicht hier, weil es für mich noch keinen nachvollziehbaren Beweis dafür gibt. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht super cool finden würde und ich hätte das auch gerne. Ich fände das super spannend. Ich hoffe auch, dass wir in meiner Lebensspanne nochmal einen eindeutigen Beweis auf biologisches oder vielleicht sogar anorganisches Leben, man weiß es ja nicht, finden würden. Das finde ich super spannend und da würde ich wahrscheinlich eine ganze Woche darüber Huxilla-Sendung dann auch machen wollen. Nur ich kann es jetzt ja nicht, weil ich es mir wünsche, schon als Wahrheit ansehen, wenn es eben wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist. Und ich glaube, das macht ja auch für uns den Reiz von Huxilla aus, eben genau diese Themen anzufassen, sich das anzugucken, das total spannend zu finden, aber dann am Ende sagen zu müssen, die Realität, so wie wir sie im Moment beweisen und nachweisen können und mit den Methoden der Wissenschaft sehen können, lassen das nicht zu oder weisen darauf hin, dass es eben nicht so ist. Das ist nicht empirisch belegbar. Danke. Jetzt sind wir in dieser Sendung von einem tierischen Sitzrasenmäher über Ignaz Semmelweis bis zu Aliens gekommen. Ich frage mich. Das ist eine gute Huxilla-Sendung gewesen. Wie soll das sein? Finde ich und ich glaube, das ist Auswirkung des Formats von Herrn Krabbweis. Ja. Da hören wir anderen wir ja auch um. Wir fokussieren wieder ein bisschen und du sagst uns jetzt mal, ob man so einen Sitzrasenmäher erwerben kann. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir den dann bei uns auf den Balkon stellen können. Oh, Marti würde sich freuen. Die Auflösung. Die Geschichte vom aus einem Schaf und einem Stuhl gebildeten Sitzrasenmäher in Neuseeland stimmt. Auf der Handelsplattform. Moment, du musst auch sagen, die Geschichte stimmt. Also falls ihr es jetzt hier richtig mitgehört, du sagst das so Weile. Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ich habe mich echt abgerollt, als der Alexander das erzählt hat. Ja, das ist auch wirklich total niedlich. Also wir verlinken das natürlich auch und das Ganze wurde eingestellt auf der Plattform Trade Me. Und man kann auch sich tatsächlich im entsprechenden Artikel dazu das Schaf angucken, was ein bisschen bedrüppelt in die Kamera guckt mit einem blau-weißen Stuhl auf dem Rücken. Das arme Tier. Das war wieder ganz gemein dem Tier gegenüber. Aber ich glaube, es hat überlebt. Und auch so die Dialoge zwischen dem Verkäufer und den potenziellen Käufer, die sich da so entspannen daran, waren irgendwie ganz niedlich. Der Verkäufer ist dann gefragt worden, was es denn für eine Marke sei. Und dann hat er halt die Rasse des Schafes genannt und hat noch darauf hingewiesen, dass es einen eingebauten Auffangmechanismus für das Gras gäbe, was da gemäht wird. Den Magen. Den Magen, genau. Und dass es natürlich vorher auch stark zerkleinert wird, gehäckselt wird. Durchs Kauen. Durchs Kauen. Und das, der Rasenmäher, das ist natürlich ein Feature, das besonders toll ist, einen eingebauten Düngeverteiler hat. Der Hammer. Ja. Und auch noch organisch und ökologisch. Ja, absolut. Und nachhaltig und überhaupt. Mir ist gerade der Gedanke gekommen, Alexa, du hast gesagt, wir verlinken das auch. Nochmal der Hinweis an all diejenigen, die uns auf, ich überlege jetzt gerade, YouTube hören. Die sagen jetzt übrigens gerade, was redet der die ganze Zeit von Tommy Krabbweiß? Richtig, wir haben die Folgen mit Tommy Krabbweiß, da gibt es ganz viele Specials, nicht auf YouTube gestellt, weil die A als Video im Kanal von Lydia Benicke abzurufen sind oder auf dem Twitch-Kanal von Tommy Krabbweiß oder eben als Audiodatei in unserem Podcast-Feed. YouTube bei uns ist so ein Nebenprodukt unseres Podcast-Feeds und da ist unter Umständen nicht alles. Deswegen, Huxilla.com, unsurfen, sich die Internetseite angucken, dann seht ihr das volle Spektrum und seht da auch die Links, die wir immer wieder erwähnen. Gleiches gilt übrigens für all diejenigen, die uns über Spotify hören, die uns über, oh ja, Deezer, wo die ganz hinten Podcaster unterwegs sind, die seit zwei Jahren Podcast oder drei Jahren Podcast machen und gar nicht wissen, dass das ursprünglich über Podcatcher gelaufen ist mit Podcast-Feeds und Homepages. Also immer, wenn ihr denkt, worüber reden die, was meinen die, was so, geht mal auf die Internetseite Huxilla.com, da habt ihr alle Informationen und überlegt euch mal, statt diesen ganzen komischen Deezer, Spotify, was es sonst auch alles noch gibt, Tools zu nutzen, euch auch vielleicht mal einen Podcatcher zuzulegen. So heißen diese Programme, sind auch kostenfrei und dann kriegt ihr nämlich jeweils die neuen Folgen von uns gepusht, gerade auch für diejenigen, die auf uns auf YouTube hören. Das ist ganz lustig, ich finde auch lustig, dass Leute dann sagen, warum, die haben so wenig Hörer, warum machen die so komische Interviews, warum kennen die unter Umständen prominente Leute, da ist doch was faul. Ja, weil wir halt nicht auf YouTube sind, da sind ja auch nur so eine Stand-Bild-Ding und da läuft eine Tonspur, also wir machen das. Wir sind keine YouTuber, wir werden auch nicht mehr werden. Wir sind Podcaster, also das mal so als Hinweis für alle, die uns hören und ihr sagt, ihr wollt diese ganzen Quellen haben, weil auf unserer Homepage kann man dann die Folgen anklicken und unter jeder Folge haben wir immer eine Quellensammlung, das heißt, da sind immer die Geschichten, die Alexa erzählt hat, mit Quellen verlinkt und es gibt immer ganz viele Links zum Nachlesen über das jeweilige Thema der Sendung. Da gibt es dann auch Buchtipps, mal auch ein YouTube-Video, was dann zum Thema passt, Dokus, die man frei bekommt. Also es lohnt sich auch mal auf unsere Internetseite zu surfen, fällt mir mal gerade so ein, dass man das auch nochmal wieder erwähnen kann. Und aktuell tatsächlich immer, derzeit jetzt sogar fast jede Woche, dienstags, lädt uns ja Tommy Krabbeis ein auf seinen, das ist eigentlich auch von Freunden von ihm, aber er darf den bespielen. Wir haben einen Twitch-Kanal, der heißt twitch.tv-wildmix, also M-I-C-S. Wie das Mikro. Wie das Mikrofon. Und da sind im Moment jetzt dienstags immer die Ferngespräche, abends ab 20 Uhr, in der Regel so zwei Stunden, wo wir mit netten Leuten zusammen quatschen. Zum Teil sind das Gruppis wie Holm Hümbler, Bernd Harder, Lydia Benecke, also eigentlich alles Menschen, die ihr auch aus unserem Podcast schon kennt. Und das landet bei uns im Podcast-Feed und weil wir das auch immer wieder gefragt werden. Ja, alle Folgen, wo wir bei Tommy sind, kommen als Podcast, aber wir haben immer so eine 5-6-tägige Zeit, wo das noch exklusiv auf dem Twitch-Kanal läuft, weil das Vorteile für den Twitch-Kanal hat, wenn man es erst nur da gucken kann. Das heißt, wir haben jetzt so einen Rhythmus, wenn wir Dienstag live, also jetzt kommenden Dienstag sind wir wieder live, das ist der 5.5. senden, dann kommt am kommenden Sonntag dann die Folge in den Podcast-Feed ungeschnitten. Also es ist der gleiche Inhalt im Grunde genommen, nur halt ohne Bild. Habe ich das verständlich erklärt? Ich glaube, ja. Und noch ein letzter Hinweis, das sage ich auch nochmal, weil mir das auch auffällt und das macht es langsam echt schwierig. Unser Instagram-Kanal oder, nicht Kanal, sagt man nicht, Account wächst total, das freut uns total und wir werden auch wieder versuchen, ein bisschen mehr Katzenfotos und lustiges Teuchtaut zu posten. Tut uns aber einen Gefallen, wenn ihr Anfragen habt, ihr könnt uns die auf Twitter stellen, ihr könnt uns die auf Instagram schreiben, ihr könnt uns auf Facebook-Nachrichten schreiben und das ist immer unterschiedlich, wo wir gerade unterwegs sind, ob wir eure Nachrichten sehen. Es sind einige Systeme, wenn man da nicht befreundet ist, oder sich gegenseitig folgt, landet das in so einem Filter, dass man das gar nicht immer mitbekommt. Wenn euch eine Frage auf den Nägeln brennt, schickt es uns an unsere E-Mail-Adresse info-at-huxela.com. Das ist ein bisschen umständlicher, das wissen wir, aber das hat einen Vorteil, dass ich zum Beispiel mit einer Tastatur antworten kann. Gerade bei Instagram, gerade bei etwas ausführlicheren Fragen, ist das auf dem Handy manchmal echt fimmelig, da ganz viel zu schreiben oder Links da auch reinzuposten. Wenn ihr uns da eine E-Mail schickt, können wir auf eine Frage viel schneller reagieren, weil ich dann eine Tastatur habe und auf die ich dann reinhacken kann und Sachen reingruppieren kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir zeitnah antworten. Aber bitte nicht böse sein, wenn es ein bisschen dauert. Wohlwissend, dass zeitnah nicht binnen drei Stunden heißt, sondern auch gerne mal eine Woche oder so dauern kann, weil gerade jetzt zur aktuellen Zeit das bei uns gerade wieder massiv anwächst. Vielen Dank dafür, dass ihr so viele Themenvorschläge uns schickt, Anfragen schickt und andere Dinge an uns herantragt. Aber das müssen wir auch alles abarbeiten und wir arbeiten beide im Moment mit Hochdruck an unseren jeweiligen Berufen, die wir nebenbei noch haben. Und dann bin ich manchmal abends auch einfach müde, muss ich mal sagen, weil ich habe mich jetzt gerade in den letzten Wochen, was du gerade besagt, mit anderen Wissenshaften herumgeplagt, weil ich ganz tolle Publikationen geschrieben habe. Genau, wie ich meinte, tolle Publikationen geschrieben habe und dann haben die mir gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Und dann muss man immer noch nacharbeiten. Und sich manchmal sogar ein bisschen ärgern, aber das darf man ja dann eigentlich auch nicht wirklich geben. Es wird ja besser in diesem Bradley-Prozess, aber es ist schon auch immer schmerzhaft, wenn man so viel Zeit in ein Manuskript gesteckt hat und dann sagen einem Leute, in Zeile 23 benutzen die das Wort und das ist ganz doof. Und dann sagt man, nein, das finde ich gut und dann denkt man länger drüber nach und denkt, ja, hat recht gehabt, das ist eigentlich doof. Das ist der Wissenschaftliche-Prozess. So funktioniert Wissenschaft, ja. So, Wort zum Sonntag. Und je länger ich jetzt rede, ist das eigentlich ganz nett und für euch ist das gut, aber es macht es natürlich ganz schlimm für mich, das jetzt alles zu schneiden, weil ich eigentlich schlafen will. Insofern machen wir, glaube ich, für heute mal Schluss. Bedanken uns bei euch. Wir hören uns im Special. Wir hören uns bei Hoaxilla. Aber die nächste Folge von Hoaxilla, jetzt passt auf, Leute, jetzt kann ich teasen, kommt am 4. Mai. Oh. Ah, aber nicht das Thema, was man vielleicht am 4. Mai erwarten wird. Nicht das Thema, nicht Star Wars, das kann ich schon mal sagen, aber genau, die ist nämlich schon fast komplett fertig. Also da kommt am 4. Mai schon die nächste Folge. Aus Gründen kommt die am 4. Mai. Aus Gründen, werdet ihr dann hören. Ist eine sehr schöne Folge, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, und dann wisst ihr schon, worauf ihr euch freuen könnt. Das heißt, letzte April, Folge am 30. Ich kriege jetzt schon wieder die Kommentare. Ja, ja, immer am letzten des Monats. Naja, und das ist auch eine Form von Verlässlichkeit. Ist auch noch April. Und dafür dann die nächste Folge schon am 4. Mai. Und dann übrigens, wir wissen noch nicht so ganz genau, was wir machen. Der 18. Mai ist ja unser 10. Geburtstag. Man glaubt es kaum. Das ist jetzt alles so in der 250. Folge und Corona-Pandemie untergegangen. Irgendwie müssen wir uns, glaube ich, am 18. Mai noch irgendwas einfallen lassen. Gucken wir mal. Vielen Dank übrigens, dass ihr das seit 10 Jahren unter Umständen mit uns aushaltet. Dass ihr den ganzen Quatsch mitmacht. Mir so lange zuhört. Und vielen Dank auch für die wirklich tolle Unterstützung, die wir im Moment haben. Gerade auch in Zeiten, wo es vielen Menschen gerade finanziell nicht so gut geht. Und auch gerade Menschen, die eher kreativ unterwegs sind oder künstlerisch oder journalistisch unterwegs sind. Das bekommen wir aus nächster Nähe mit, wie es auch Kolleginnen und Kollegen und guten Freundinnen und Freunden von uns geht. Und da lasst ihr uns überhaupt nicht hängen, was die Unterstützung angeht. Das macht sehr dankbar und sehr demütig. Und jetzt ist es auch gut. Bleibt gesund. Haltet Abstand. Trotz Maske. Und wenn ihr Masken tragt, macht es vernünftig, lest es euch durch, wie es vernünftig geht, damit ihr euch nicht künstlich sicher fühlt und euch dann am Ende schadet. Am besten immer zwei Meter Abstand und so wenig wie es geht draußen sein, finde ich auch blöd. Aber im Moment ist es noch so. Wir hören uns am 4. Mai wieder. Gehabt euch wohl. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.